Das war die Werbung, äh, Frauenkleider? Ne, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Ich werde es erst später sehen. So, jedenfalls wir sind beim Thema Geschlechterverwirrung. Wer bist denn du? Ist das Generalthema und die Sendung heißt übrigens Gröbelts Grobheiten. Bislang noch relativ wenig grob abgegangen und ich schaffe das auch nicht mehr. Den Dreh kriegen wir auch nicht mehr hin, also Gröbelts Sanftheit. Passt ja auch wieder zum Thema. Talking about Klischees. Jetzt haben wir, Sua, von dir ja auch schon vieles gehört. Und ich denke, bevor wir jetzt mit dem Thema weitermachen, jetzt kommt nämlich nicht eine Werbepause, jetzt kommt der Einspieler, der Suas Aktivitäten in einem sehr kleinen Ausschnitt zeigt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, was wird dein nächster Auftrittsort sein? Mein nächster Auftritt wird der Ostblock sein. Also geografisch im Osten, da im Moment dort die Hits der 90er gerade sehr aktuell gespielt werden und große Konzerne gegeben werden. Und ich habe das Glück, in einer Band dort auf Tour zu gehen. Wir fangen erstmal an in Russland. Wie heißt die Band? Die heißt Ziblok. Ganz bekannt aus den 90ern, so eine Hitband. Was sagen die nochmal für ein Hit? Also irgendwie macht es mir eine Klinge, das weißt du auch nicht. Ups. Got you, Babe. Sie hatten also einige Hits. Genau. Und mit dieser Band gehen wir nochmal auf Tournee und lassen die 90er nochmal richtig auferleben. Was für ein Stil ist das denn jetzt mit der Band? Der Stil ist wirklich dieser Euro-Rap. Also es ist immer ein Rapper und dann so ein bisschen Gesinge von einer Dame. Euro-Rap, Euro-Disco ist ja so ein bisschen korrespondiert. So in die Richtung. Das war ja damals so ganz modern und ist jetzt gerade wieder am Auferleben. Wer denken es noch mit Wehmut damals? Heute ist die Musik auch nicht schlecht. Let the 90s live. Genau. Bei mir ist das eher 60s aber geschenkt. Bei dir, lieber Wolf, Sheila Wolf, Sheila und Wolf, Simon & Garfunkel, Sheila und Wolf. Waren die eigentlich auch Drags? Nee, das ist ja Simon & Garfunkel. Deep inside. Peter und Maffay, Udo und Lindenberg lässt sich beliebig verlängern. Aber deine nächste große Show ist glaube ich im Wintergarten in Berlin. Tatsächlich habe ich drei mittlerweile in Berlin. Die nächste größere ist in der Barriere der Vernunft. Die heißt Hotel Glamouresque. Die ist aber auch schon fast ausverkauft. Und die nächste große Varieté-Show ist im Wintergarten tatsächlich. Die heißt Votable Variety. Die ist am 16. und 17. März. Und sind zwei bunte Abende voller Cabaret, Burlesque, Akrobatik und natürlich Tim Fischer. Tim Fischer, großartig. Finde ich wirklich klasse. Oder ist das bei euch so, Tim Fischer geht nicht? Ich liebe Tim Fischer. Ich versuche ja mit meinen Shows auch so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ich in den letzten 20 Jahren auf der Bühne alles gesehen habe. Und Tim gehört dazu, definitiv. Super, wirklich großartig, ganz großartig. Wir haben über Showbiz viel gesprochen. Und wenn wir über Drag oder eben Mann in Frauenkleidern sprechen, der hat es eben schon angesprochen, lieber Wolf. Wir haben über Travestie gesprochen. Das ist glaube ich ein relativ bekannter und eingefahrener oder schon immer traditioneller Begriff. Transvestiten, ist das identisch wie Travestie oder ist das ein etwas anderer Begriff? Ich glaube, der Akzent ist ein bisschen anders, wenn ich das so richtig sehe. Also diese Trans-Sternchen-Szene ist natürlich ganz breit gefächert. Da gibt es glaube ich auch mindestens 45 Schubladen. Und die Travestie und die Transvestiten sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Transvestiten tun es eher aus einem Fetisch heraus inspiriert. Und die Travestie hat mehr was mit der Bühne zu tun. So würde ich das interpretieren. Nichtsdestotrotz sind beide tolle Menschen und haben halt Spaß daran, sich zu verkleiden. Wie die Karneval in Berlin. Wie die Karneval. Unter Umgehung des Karnevals wird man hier sofort in den Bereich der Travestie gehen. Du wirst lachen. Es gibt ja auch teilweise so Auslöser, so Initialzündungen. Und da kann so ein Karneval-Event sicherlich mal ein Auslöser sein. Definitiv. Ich würde jetzt gar nicht zu ernst werden wollen, aber es ist natürlich allein schon so eine Klärung von Begriffen in einem Zeitalter, wo Identitäten, wo Gender Mainstreaming, wo Cross-Gender große Themen sind bis hin zu dem, also ich kann mir bis heute die Abkürzung nicht merken. Also was ist das nochmal? LGBT. Also wenn ich mir Mühe gebe, glaube ich, heißt das dann so Lesbians, Gays, Transsexuals und so weiter. Intersexual. Intersexual. Dahinter stehen ja dann schon auch leider, leider Dramen von nach wie vor einer Gesellschaft, die eben nicht wie ihr oder ich hoffe ich auch und viele um uns herum, die da nicht so selbstverständlich mit umgehen und wo ich immer völlig von Socken bin, dass es immer überhaupt noch ein Thema ist. Also sexuelle Identität oder überhaupt nur Geschlechtsidentität, aber es ist ja ein großes Thema nach wie vor. Und ich sage auch jetzt quasi doch ein bisschen länger, obwohl ich mir vorgenommen hatte, dass das nie mehr zu machen. Das ist die eigentliche Gruppe. Der Typ redet zu viel. Ach so. Aber was mich wirklich erschüttert, wirklich erschüttert ist. Ich bin jetzt 68, das sieht man doch hoffentlich nicht. Aber Alter ist mir so egal wie schlecht. Genau. Nein, pass auf. Aber ernsthaft. Vor wirklich fucking 50 years, da sage ich jetzt bewusst, im Ende der 60er Jahre in der Provinz, rheinische Provinz übrigens, da war das eigentlich bei ganz braven Bürgern war das jetzt gar nicht so besonders, wenn man schwule Freunde hatte. Da war das jetzt auch so. Ja, der ist schwul. Das wurde so ein bisschen, bisschen augenzwinkernd gesagt. Aber es war kein großes Thema. Und man musste jetzt nicht Gott weiß wie ein Fass aufmachen. Heutzutage ist wir, 50 Jahre später ist das oftmal immer noch so aus dem in Berlin ja nicht ganz seltenen schwulen Bekanntenkreis, wo es ja schon fast verdächtig ist, wenn man heterosexuell ist. Also ganz verdächtig, lieber Wolf, ganz verdächtig. Aber das gleichzeitig, aber es noch viele gibt, die am Arbeitsplatz und auch übrigens bei ihren Eltern bis heute nicht rausgehen. Da denke ich, ey, was ist das denn? Wir wollen das nicht vertiefen, aber muss man einfach nochmal sagen, dass so schnell die Gesellschaft sich nicht bewegt. Was du so angesprochen hattest, jetzt auch im Vorgespräch, weil das ist ja heute übrigens jetzt nicht nur ein Thema von geschlechtlicher Identität ist, sondern auch Identitätswahl ja eigentlich schon längst etwas sein müsste, was den Leuten überlassen wird. Weil wen tun sie weh? Genau. Nur denen, die festhalten an einer ganz bestimmten Geschlechterrolle oder anderen Rolle. Ja. Du hast das Beispiel gebracht mit kultureller Herkunft. Genau. Es gibt in Amerika ein gutes Beispiel eine Uni-Professorin, die heißt Joey Dolezal, meines Erachtens. Die hat sehr viel für die dunkelhäutige Community in Amerika getan. Und es kam dann später raus, dass sie eine weiße ist. Eine weiße Frau, die sich wirklich identifiziert und als schwarze Frau lebt. Und ich finde das sehr interessant, dass auch das sich eventuell vielleicht in den nächsten 50 Jahren auflösen könnte, dass man gebunden ist an eine Herkunft und dass man nicht auch die Herkunft wählen kann. Oder vielleicht das Alter, in dem man sich sieht, wählen kann. einfach eine gewisse Freiheit zu wählen zu können oder leben zu können. Und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann möglich ist, dass man wirklich frei wählen kann und man dafür nicht kritisiert wird. Genau das. Und das ist natürlich, ich glaube, dieses Problem, was es auswählt, das hat ja auch viele damit zu tun, dass Menschen natürlich gerne auch bei anderen eine klare Identität sehen wollen. Verstehe ich auch erstmal. Nur, dass es dann angegriffen wird. Und zu dieser Identitätswahl gehört ja auch, dass man sagt, ja, ich fühle mich in meiner Heimat wohl wunderbar. Also Heimat dürfte so wenig verpönt sein wie jetzt eine Identitätswahl. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, du hast das angesprochen, noch ein langer Weg ist. Und also ganz so aufgeklärt scheinen wir irgendwie immer noch nicht zu sein. Und es wird ja nicht besser. Also wenn man sich die ganzen Staaten um uns herum anguckt und auch in Deutschland, aber wenn man sich da Staaten wie Polen anguckt oder Russland, dann wird es ja immer schlimmer. Rumänien. Genau. Wir machen ja gerade fünf Schritte zurück. Ganz, ganz, ganz massiv. Und das ist nicht dieses Either or, sondern alles ist möglich, solange es keinem anderen weh tut. Und das ist eigentlich so ein entscheidender Punkt. So sollte es sein, ja. So sollte es sein, aber ja, muss man leider sagen. Eines noch, da wir über Kultur sprechen, ich möchte nochmal auf Kultur im engeren Sinne zurückkommen. Der Mann in Frauenkleider oder auch die Frau in Männerkleider, Meides, Hosenrolle, ist ja ein ganz altes Thema. Da gab es ja, ich meine sogar schon bei den alten Griechen, gibt es schon, habe ich ja mal sechs Jahre gelernt, altgriechisch, huhu, was habe ich bald so gut wie nichts leider. Aber es ist ja ein altes Kulturthema, Hosenrolle in der Oper, Mozart. Frage direkt an euch, es gibt ja auch jetzt Zeitgenöss schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, so ein paar internationale, ich sage jetzt doch mal lieber Wolf, Drag Queens. Gibt es da welche, wo ihr sagt, die sind eigentlich schon ziemlich herausragend? Also jetzt außer euch, selbstverständlich. Also ich möchte auch nochmal erklären, bevor ich darauf eingehe, dass wenn ich als Mann eventuell wahrgenommen werde, bin ich in Frauenkleidern und die Leute denken, ich bin eine Drag Queen. Also ich trete nicht als Mann auf, ich wollte es nochmal. Das gibt es, weil die Leute, ich bin eine riesen Frau, komme dann noch mit riesigen Peruken und einem Make-up und dann schreie ich da rum und dann lenken die Leute. Du schreist rum. Ja, ich habe es doch schon gehört hinter mir. Ja, das ist doch nicht Dreck. 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 Sagen wir Dreck. Aber, ja, ja. Kein Missfall. Genau. Aber habt ihr Leute, wo ihr sagt, die sind international? Na klar, ich nehme es mal gleich voraus, weil das ist nämlich so den Namen, den ich natürlich kenne, RuPaul. Genau. Eine Wahnsinnsfrau, Wahnsinnskünstler und da gucke ich schon hin und sage mir, wow. Also da kann man sich schon ein Beispiel dran nehmen. Wunderbar. Das finde ich ganz bewundern. Was mir noch einfällt, ist Seventies, David Bowie, hier in Berlin, um die Ecke. Androgyn. Von hier aus, also wörtlich um die Ecke in der Hauptstraße. Androgyn. Das war natürlich Part of Showbiz, aber natürlich selbst das würde ich mitnehmen. Also einfach, weil die Facetten, du hast das selber angesprochen, vielfältig sind. Eines muss ich noch loswerden. Es gibt drei Filme, es ist fast ein Ratespiel, wo ich sage, das sind für mich so die ultimativen Geschlechtsverwirrung spielerischen Filme. Die nenne ich aber nicht, sondern ich will von euch wissen, habt ihr irgendwelche Lieblingsfilme? Kennt ihr Filme, wo das Leitmotiv mit eine Rolle spielt? Du meinst das Thema Drag? Drag, ja. Ah, ich liebe sehr Tu Wong Fu zum Beispiel. Das ist ein toller Film mit Patrick Swayze, dem wohl heterosexuellsten Mann ever, der in einer Rolle einer Frau einfach eine gute Rolle spielt. Oder Wesley Snipes spielt damit. Ach ja, stimmt. Die beiden sind halt einfach großartig, richtig muskulöse Muscle-Männer, die vorher wirklich Actionfilme gespielt haben. Und die treten halt als Frau aus. Oder auch Priscilla, Queen of Desert. Genau, super, Priscilla ist großartig. Letzte Frage, kurze Antwort, wir sind nämlich fast da durch. Man glaubt es kaum. Das können wir nicht wählen. Identität. Die Zeit der Sendung, die Länge der Sendung. Hast du noch einen Film, wo du sagen würdest, der ist der Knaller? Ich mach eine Vorlage. La Cajou Volk finde ich zwar schräg, aber großartig. Und wirklich empfehlenswert, Victor Victoria. Der ist ein bisschen aus dem Fokus. Ja, der stimmt. Julie Andrews, glaube ich. Großartig. Wir haben sie, ich glaube es kaum. Also nachher wählen wir dann nochmal unsere Identitäten. Es war ein großes Vergnügen. Ich sage Dank nach Berlin. Danke nach Köln. Thank you so much. Danke an Drake Queens, an Männer, Heten, Schwule, alles. Und wir sehen uns demnächst wieder bei Grobheiten. In Möglichkeit vielleicht dann doch demnächst Sanftheiten. Alles Gute, gutes Publikum. Das war's.